Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierzehnten Episode. Hallo und herzlich willkommen zur vierzehnten Episode meines Strick-Podcasts Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wenn du neu hier bist, mein Name ist Christina und hier auf meinem Kanal Everything Fiber dreht sich alles, wie der Name schon sagt, alles um Fasern. Ich stricke, ich spinne, ich webe und ich färbe auch Fasern. Also alles, was mit Fasern zu tun hat, findest du hier in meinem Kanal. Jede Episode ist ein bisschen anders, mal mehr, mal weniger über das eine Thema. Aber, ja, fangen wir gleich an. Wie in jeder Folge, der Nurture-Sweater von Andrea Mori aka Drea Renee Knits. Ich stricke inzwischen schon an meinem fünften, glaube ich, ist das. Ich verlinke euch oben die ganze Geschichte dazu, warum fünf. Ich habe noch keinen einzigen, den ich wirklich tragen kann. Der erste war mir zu groß, der zweite zu klein. Der dritte, was war mit dem dritten? Der dritte hat, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht bei der Rakelernabnahme, bei den Ärmeln, der war bei den Schultern viel zu eng. Der vierte hat super gepasst. Gott sei Dank habe ich da die Notizen, wie ich den gestrickt habe, damit ich weiß, wie ich ihn stricken muss, dass er passt. Ja, was soll ich sagen, ich habe ihn im Skiurlaub eine Woche lang super oft getragen, vor allem beim Spazierenden mit dem Hund. Und am Ende des Skiurlaubes ist er dann leider mit der gesamten Wäsche in die Waschmaschine gewandert und, ja, verfilzt. Nicht mehr gepasst. Ich konnte nicht einmal mehr, dass ich jetzt sage, ich habe die Wolle gerettet, dass ich ihn auftrenne und dann wieder neu stricke. Nein, also das war echt hart für mich, als ich den aus der Wäsche genommen habe und gesehen habe, dass sich der verfilzt hat und verkleinert hat und nun wieder nicht gepasst hat. Aber ich habe mir die Wolle dann noch einmal gekauft in derselben Farbe. Das war so ein Erdbeer-Rosa. Ich zeige euch hier ein Bild, wie der ausgesehen hat. Ich stricke ihn auf jeden Fall auch noch einmal in dieser Farbe. Die Wolle ist die gleiche, wie ich sie hier habe. Und zwar ist das Drops Lima. Einmal Olivgrün, das ist diese Farbe hier. Und da unten, das Grün, ist mehr Grün-Mix. Eigentlich hat er eben einfärbig, das Bündchen auch. Und ich habe mich dazu entschlossen, das einfach zweifärbig zu stricken. Wie gesagt, mein ewiges Projekt. Bis jetzt in jeder Folge, somit auch in dieser hier. Ja, der Nurtured Sweater von Drea Rene Knits. Was habe ich noch auf den Nadeln? Kurz darum, ich habe das da alles vorbereitet, aber irgendwie war es anscheinend verkehrt. Denn als nächstes kommt das Uma Cape von Ego Knit. Das ist auch schon das Zweite, das ich stricke. Ich gebe euch hier wieder ein Bild her, vom Ersten, wie das ausgesehen hat, dass man sieht, wie ich es trage. Hoppala, jetzt ist mir die Wolle davon gelaufen. Ich habe schon ein bisschen weiter gestrickt. Das letzte Mal, glaube ich, war ich nur ungefähr hier. Also in die Schultern, ich glaube, es fehlen noch fünf oder sechs Reihen, dann ist die Schulterzunahme fertig. Und dann wird aufgeteilt in Vorderteil links, Vorderteil rechts und Rückenteil. Und die Ärmel, also dort wo die Ärmel dann kommen, das wird dann ausgelassen. Ich stricke es. Jetzt ist mir die Wolle da davon gelaufen. In diesem Grau hier, das ist Drops Nord Mix in der Farbe 04 und zusammen mit einem Kitzel Glaze von Wollmett Werbe. Und zwar ist das die Farbe 20231994. Die haben leider keine, sage ich jetzt klingenden Namen, sondern nur irgendwelche Nummern. Und dann, ja, ich bin gerade dabei, wie ihr seht, ist mir da die graue Wolle gerade ausgegangen. Da muss ich jetzt eine neue anfangen. Das ist auch so ein Nebenher-Projekt. Die Änderungen, die ich gegenüber des Ersten gemacht habe, ist erstens, ich bin eine ganze Nadelstärke runtergegangen. Ich stricke das jetzt. Ich muss ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss nachschauen. Ich glaube, das sind Vierer Nadeln. Ja, und in die anderen habe ich mit Fünfer Nadeln gestrickt. Das heißt, das Strickmuster hier, also das, nicht Strickmuster, sondern die Optik ist natürlich viel, viel, na, wie so fokussiert ist. Ich habe vorher mit dem Fokus Probleme gehabt, jetzt geht es wieder. Das Strickbild ist viel fester, nicht so locker wie bei dem anderen. Das ist die eine Änderung, die ich gemacht habe. Und die zweite Änderung ist, ihr seht hier am Rand, ich füge hier einen kleinen Bündchenrand hinzu, sowohl außen als auch, wo sieht man es, innen. Der ist normalerweise nicht vorgesehen, aber ich finde, das schaut gar nicht so schlecht aus, wenn es dann hier unten, wenn es dann unten fertig ist und in das Bündchen dann weiter hinein läuft. Das sind die zwei Änderungen, die ich gemacht habe. Das sind meine zwei Projekte, die ich eigentlich so nebenher stricke, wenn ich mal irgendein Projekt fertig habe und nicht weiß, was ich weiter stricke. Oder wenn ich eine kleine Pause mache von irgendeinem Projekt. Das kann ich noch mitnehmen, auch den Körper vom Nurtured-Sweater, das ist jetzt noch nicht so viel, dass das schwer wird. Also wenn der Pullover fertig ist, dann ist das ein ziemlich riesen Teil, dann kann man das nicht so einfach mitnehmen. Im Moment geht es noch. Das sind meine Aufreisen-Socken, äh Socken sage ich, Aufreisen-Strick-Sachen. Wenn ich zum Beispiel beim Arzt sitze und warten muss oder beim Friseur, wo auch immer, nehme ich eigentlich immer was zum Stricken mit. Und das sind eben der Nurtured-Sweater oder das Oma-Cape. Wobei der Nurtured-Sweater ein bisschen, sage ich jetzt, pflegeleichter ist, weil das Muster ein sehr einfaches Muster ist. Da muss ich doch immer schauen, Zunahme, Abnahme, wie viel der Reihe und so weiter. Dazu habe ich eine App. Ich verlinke euch die App unten bzw. zeige euch hier, wie sie ausschaut. Da kann man eigentlich recht gut Musterfolgen und so weiter eingeben, von welcher Reihe und wie oft, wie lange, Wiederholungen und so weiter. Ich finde sie eine ganz tolle App. Ich habe auch den, wie heißt das, da gibt es auch eine App, Knit. Fällt mir jetzt nicht ein, ich blende es euch auch ein, wie die heißt. Die verwende ich auf dem iPad. Die ist auch nicht schlecht, weil man, wenn man Muster strickt, kann man da auch. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, wie nennt man das, das Muster aufgezeichnet ist mit diesen Punkten, Kreuzen und so weiter. Wie nennt man sowas? Also ich stricke meistens nicht danach, deswegen fällt mir jetzt auch nicht ein, wie das heißt. Ich habe es lieber, wenn da steht, fünf Maschen glatt, eine abheben, eine links, rechts, Slip, Slip, irgendwas. Und das kann man da recht gut umwandeln in dieser App. Nicht Pro, glaube ich, heißt es. Nicht Pro, kann da? Fällt es jetzt nicht ein. Wie gesagt, ich verlinke es euch, damit ihr seht, wie die App heißt. Falls ihr irgendeine App zum Stricken verwendet, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren unten hinterlassen, welche das ist, welche ihr verwendet. Zum Beispiel für Reihenzähler oder wenn ihr Strickmuster strickt, wie gesagt, gerne unten verlinken, damit ich mir das anschauen kann. Vielleicht ist da ja was dabei, was ich auch ganz toll finde und mir meine Strickarbeit erleichtern würde. Das Umacape von Egynit wird auch noch ein bisschen dauern. Und wahrscheinlich dann im Herbst, wenn es dann wieder Zeit ist, zu tragen, wird es dann fertig sein. Ja, das waren meine zwei Projekte, die ich auf den Nadeln habe, aktuell. Ich wollte was Neues anfangen, dazu dann später. Aber was ich fertig habe, ist meine Jella-Weste von Susanna Kartinen. Also ich habe sie fertig, ich habe sie gewaschen, geblockt, aber ich habe die Enden noch nicht vernäht und auch noch keine Knöpfe hinzugefügt. Ich zeige sie euch einmal. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich sitze immer zu nah an der Kamera. Ich sollte da irgendwas ändern. So sieht sie aus. Das sind die Ärmel. Vorne die Leiste. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Ich probiere es noch einmal. Meine Knopflochleiste. Die wird dann zum Schluss angestrickt. Verwendet habe ich diese beiden Wollen. Und zwar ist das Knitting for Olive Merino. Das hier ist die Farbe Flamingo. Und die Soft Silk Moher in der Farbe Ballerina. Das ist diese Seite hier. Also diese zwei habe ich da zusammen verwendet. Ja. Ich finde die Weste super schön. Das Muster gefällt mir gut. Das ist so ein... Wird alle... Ich glaube, alle 26 Reihen wird da geändert. Das sieht man dann hier den Übergang. Die Änderungen, die ich vorgenommen habe, waren bei den Ärmelbündchen. Normalerweise wird das einfach gerade weiter gestrickt. Das heißt, es hat ganz weite Bündchen. Und ich mag das aber nicht so. Ich habe das lieber, dass das eng anliegt. Also wenn ich zum Beispiel mir Hände wasche oder so, dann krempel ich das gerne hoch. Und wenn das jetzt nicht so eng ist, dann rutscht das dauernd runter und wird dann nass. Also ich habe das lieber eng anliegend. Und also habe ich einfach, bevor ich mit dem Bündchen begonnen habe, der Ärmel, das sind 90 Maschen bei mir gewesen, habe ich einfach, ich habe jetzt nicht immer zwei zusammengestrickt, weil das ergibt eine gerade Zahl und dann geht sich das mit dem Rippenbündchen nicht aus, sondern ich habe die erste Masche eben gestrickt und dann immer zwei zusammen und die letzte ist auch einzeln geblieben. Dann habe ich eine ungerade Zahl gehabt und das ist sich dann mit dem Rippenmuster ausgegangen. Das einzige, was ich nicht zufrieden bin, ist, dass das Knopf, wie sagt man, Knopflochband, Knopfband, das wird im Nachhinein angestrickt. Ich zeige euch hier ein Bild, wie es aussieht, wenn ich das trage. Das zieht sich nämlich ziemlich zusammen. Also die Weste ist unten und dann beim Bündchen zieht es sich ziemlich nach oben. Da hat auch das Blocken nichts gebracht. Also es schaut nicht schön aus, keine Ahnung, ob ich es nochmal auftrenne und neu stricken. Wer Tipp hat, was ich da anders machen kann, gerne in den Kommentaren hinterlassen oder ob ich es auftrennen soll oder ihr seht es anhand von Foto, wie es aussieht, ob ich das einfach so lassen soll, ob das eh okay ist. Und ich habe, also in der Anleitung drinnen wird dieses Band mit, ich glaube, dreieinhalb oder dreiernadeln sogar nur, also wird gesagt, soll das gestrickt werden. Das habe ich auch gemacht, aber das ist dann extrem eng geworden und hat sich extrem zusammengezogen, sodass ich dann ungefähr nach so einem Stück das Ganze wieder aufgetrennt habe und bin dann auf viereinhalb Nadeln umgestiegen, also ziemlich viel größere Nadeln, aber irgendwie zieht sich das immer noch zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Knopfloch, Knopfleiste angestrickt hat. Das ist eigentlich ein Hin und ein Zurück und es wird jede zweite, also es wird eine der Faden nach vorn gelegt und abgehoben, die nächste wird gestrickt glatt. Dann wieder eine abgehoben mit Faden vorne und wieder gestrickt glatt. Und auf der Retourseite wird es genau umgekehrt gemacht. Also da wird die abgehobene gestrickt und die gestrickte, da wird dann abgehoben. Und bei einer Reihe, also bei der ersten immer, wird immer, also man nimmt rundherum die Maschen auf und die werden dann immer zusammengestrickt, damit man dann eben das Bändchen hier so hinauf stricken kann. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie man das anders lösen kann, ob es möglich ist, dass man das, also man sieht es hier zum Beispiel, also das ist, es geht hier dann so rauf. Ja, es ist jetzt hier so schwer zu erklären, wenn ich es nicht anhabe. Wie gesagt, ich zeige euch das auf dem Bild, wie das aussieht. Ich muss auch noch Knöpfe kaufen. Also vielleicht seht ihr dann auf dem Bild auch schon die Knöpfe, weil das Video nehme ich ein paar Tage vorher, oft natürlich, bevor es online geht. Ja, sonst bin ich mit der Weste super zufrieden. Nur das mit dieser Knopflochleiste, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, wenn ihr eine Lösung dafür habt, wie ich das anders machen kann, bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen oder irgend, ich habe keine Ahnung, ob ich was falsch gemacht habe, ich weiß es nicht, ich habe es nach Anleitung gestrickt, aber irgendwie ist das viel zu kompakt und zu eng geworden. Also diese Reihen, man sieht es auch hier, diese Reihen sind viel, viel weiter auseinander, als dann hier bei diesem angestrickten Band. Da ist fast zwei Reihen von diesem Band, ergeben eine Reihe von dem Muster. Also das ist, ja, keine Ahnung. Im Moment habe ich noch keine richtige Freude, vielleicht auch, wenn ich es dann mit den Knöpfen habe und ich das dann mit Knöpfen probiere, vielleicht schaut das dann eh nicht so komisch oder schlimm aus. Ja, wie gesagt, die Jella-Weste von Susanna Kartinen. Ich verlinke euch wie immer unten in den Shownotes alle Anleitungen, die ich verwende, welche Wolle ich verwende und auch Nadelstärken und ich werde auch die Modifikationen dazuschreiben in Zukunft, damit man, wenn man jetzt das Video anschaut, zum Beispiel bei dieser Weste und man sieht diesen Ärmel und schaut sich dann das Muster an, dann man denkt sich dann, hm, wieso, das schaut ja ganz anders aus, also dass man auch lesen kann, welche, was ich da anders gemacht habe. Wobei dieses Strickmuster gibt es so einzeln nicht zu kaufen, das ist in der Laen Frühlingsausgabe drinnen. Ja, da muss man sich dieses Heft kaufen, damit man diese Anleitung hat, aber ich kann dieses Heft jedem nur empfehlen, ich glaube, ich wiederhole mich da auch in jeder Folge, es sind ganz tolle Strickanleitungen drinnen und es sind nicht nur Strickanleitungen drinnen, sondern auch Artikel, die jetzt strickrelevant sind von Designerinnen oder welche, die die Wolle selber färben, selber machen, Anbieter. Also es ist wirklich ein sehr informatives Heft, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe auch schon die Sommerausgabe, wenn ich sie hier kurz holen darf. Und zwar ist das die Sommerausgabe, sieht so aus. Sind auch ein paar ganz tolle Sachen drinnen, wobei eines zum Beispiel hat mir gefallen, aber das ist jetzt gar nicht, das ist eine Werbung. Und zwar dieses hier, finde ich ganz schön, habe ich jetzt da drinnen entdeckt. Aber wie gesagt, als Werbung, nicht als Anleitung da drinnen. Und die Anleitungen, die es jetzt eben da drinnen gibt, sind nur in diesem Heft drinnen und gibt es sonst nicht zu kaufen. Also das Lane Sommerausgabe kann ich nur jedem empfehlen. Die Weste ist in der Frühlingsausgabe, wobei man kann die Hefte auch einzeln kaufen. Man muss jetzt nicht ein Abo abschließen. Also ich habe das Abo abgeschlossen, damit ich das dann immer automatisch zugeschickt bekomme. Und ja, es ist auch günstiger, wenn man es im Abo nimmt, als gegenüber den Einzelheften, wenn man es jetzt einzeln kaufen würde. Jo, was gibt es noch? Fertig habe ich sonst nichts. Ich habe, auf Instagram habe ich das geteilt. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke unten alles, wo ihr mir sonst folgen könnt. Eine Strickprobe gemacht für den Ankers Sweater My Size von Petite Knit. Und dazu habe ich diese beiden Wollen verwendet. Und zwar, das ist wieder die Knitting for Olive Merino in der Farbe Nordic Beach, also Nordstrand. Und zusammen mit dieser Mojera, die ist von Woll mit Werbe. Ich habe die Strickprobe schon wieder aufgetrennt, weil sie hat mir nicht wirklich gefallen. Ich habe ein Foto davon gemacht, das zeige ich euch hier. Mir war das irgendwie, soll ich sagen, zu kühl. Ich glaube, ich werde da jetzt zwar auch wieder von Knitting for Olive Merino eine Wolle holen, aber die mehr ins Beige geht, mehr ins Gelb, Gelb-Orange, also ein ganz helles Gelb-Orange-Beige. Ich glaube, das harmoniert mit diesem, sieht man es jetzt, sieht man es, mit den Farben von diesem Mojera besser. Weil die Grundfarbe ist eigentlich so ein Gelb-Ton, Beige-Ton. Und wie gesagt, mit dieser Merino dazu hat das dann ziemlich kühl gewirkt für mich. Das wäre ein Pullover, den hätte ich jetzt, also hätte das gepasst, diese Kombination, könnte ich den euch heute schon zeigen, als auf den Nadeln. Aber wie gesagt, leider hat nicht so gepasst. Und ich habe keine passende im Moment, wo ich das dazu geben kann. Also der Ankersweater, ich zeige euch hier ein Bild, wie der ausschaut. Ich habe ihn natürlich noch, also ich kann euch nicht meinen zeigen, ich habe ihn ja noch nicht angefangen oder gestrickt, aber wie er ausschauen wird. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das mit einem Mojera überhaupt verbinden soll, ob das dann nicht zu unruhig wird, dass das Muster vielleicht untergeht, dann von diesem Sweater. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren unten eure Meinung dazu sagen, ob ihr den Uni stricken würdet. Also Uni im Sinne von mit einer Merino und der gleichfarbigen Mojera dazu, aber halt nicht mit so einer bunten Mojera-Wolle. Ja, gerne in den Kommentaren unten hinterlassen, unten hinterlassen, wie eure Meinung dazu ist. Bunt oder einfärbig stricken. So, ich habe euch letztens erzählt, dass ich mir wieder einen Webrahmen gekauft habe, einen kleineren, die Kromsky Hafe. Und ich habe dann auf Instagram das auch gezeigt und eben dazu geschrieben, dass ich, als ich zum Stricken begonnen habe, mir irrsinnig viele Sockenwollen bestellt habe. Und dann irgendwann ist diese Leidenschaft für Sockenstricken der Leidenschaft für Pulloverstricken gewichen. Und ich habe jetzt jede Menge Sockenwolle liegen. Und Sockenwolle ist jetzt nicht eine Wolle, die man sich in größeren Mengen kauft, weil man braucht einen 100-Gramm-Strang, bekommt man ein paar Socken heraus. Das heißt, ich habe jetzt viele kleine Mengen an verschiedener Wolle liegen und habe da eben dann dazu geschrieben auf diesem Instagram-Post, dass ich nach und nach diese Sockenwollen verweben werde, weil man mit einem Strang bekommt man eigentlich einen schönen Tischläufer heraus. Und meine Schwester hat dann kommentiert, dass das Blasphemie ist, diese Sockenwolle jetzt, sage ich, am Webrammen zu vergeuden. Es ist ja nicht wirklich eine Vergeudung. Aber warum ich sie nicht ihr gebe und sie strickt mir dann Socken dafür. Ja, meine Schwester strickt, sie sagt immer, das Stricken ist ihr Yoga. Also die macht das zur Entspannung, jetzt nicht, weil sie irgendwas machen will. Sie hat etliche Sockenpaare schon zu Hause liegen. Aufgrund dessen hat sie jetzt vor kurzem einen Sweater gestrickt, ihren ersten Sweater. Beziehungsweise nein, sie hat schon mehrere gestrickt, aber seit langem wieder einen. Ich zeige euch hier ein Bild. Das ist, glaube ich, der Norma-Sweater, heißt der. Ich verlinke euch das unten auch. Und jetzt ist sie aber wieder zurück zum Sockenstricken. Und so habe ich gesagt, okay, wenn sie das möchte. Die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass sie ihre Zehen ändert. Und zwar strickt meine Schwester ihre Socken. Sorry, das sind getragene Socken. Ich meine, das sind frisch gewaschene Socken, aber die schauen ein bisschen schon ramponiert aus. Ich gestehe zu meiner Schande, meine Socken werden in der Waschmaschine gewaschen. Sofern es geht, von der Wolle her. Ja, jedenfalls ihre Zehen, also sie nimmt bei den Zehen ab. Na, komm, Fokus. Und dann zieht sie einfach die letzten Maschen zusammen, verknotet das, vernäht das. Und ich, weiß nicht, vielleicht bin ich Prinzessin auf der Erbse, aber ich spüre diesen Knubbel da vorne dann im Schuh. Und ich trage sie zwar, natürlich, aber ich finde sie irgendwie unangenehm, diesen Knubbel da vorne. Also habe ich ihr gesagt, okay, du kriegst meine Wolle, du darfst mir Socken stricken, aber du strickst die Zehen so, wie ich die Zehen stricke. Und jetzt habe ich schon mein erstes Paar bekommen. Das ist jetzt noch nicht gewaschen und auch noch nicht vernäht, glaube ich. Nein, noch nicht vernäht. Und zwar sieht das so aus. Und die Zehen, die ich stricke, die werden mit dem Kitschender Stitch, heißt er auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt, ich schreibe es euch hier dazu. Wie gesagt, ich bin, was Strickanleitungen betrifft, im Englischen unterwegs. Ich habe echt Mühe, wenn ich jetzt eine Strickanleitung finde, die gibt es auf Deutsch und auf Englisch, dann denke ich mir, juhu, Deutsch, okay. Und dann lade ich sie mir runter und lese mir die ersten Zeilen durch und verstehe nur Bahnhof. Dann lade ich mir die Englische herunter und mir ist alles klar. Ich habe einfach die englischen Ausdrücke im Kopf und tue mir oft schwer mit dem Übersetzen. Aber es gibt ja die meisten Anleitungen auf Englisch, von daher ist das kein Problem. Eben nur fallen mir dann halt meistens oder oft nicht die deutschen Ausdrücke dafür auf. Also das ist der Kitschender Stitch, mit dem wird das dann fertig gemacht. Na komm, Fokus. Sieht dann so aus. Das ist dann oben nicht ein Knubel, sondern es ist eben eine gerade Fläche oder eine Linie vorne bei den Zehen. Und die spüre ich dann nicht so. Und wie gesagt, der erste, die Ferse ist die Fish Lips Kiss Heel, heißt sie glaube ich. Ja. Der erste Socken ist fertig. Inzwischen hat sie schon zwei weitere fertig gestrickt. Aber die bekomme ich dann nächste Woche erst, weil das ist mein Geburtstag. Und die kriege ich dann gleich zum Geburtstag geschenkt. Also dass sie mir die Socken strickt, ist quasi ihr Geburtstagsgeschenk an mich. Und ich möchte euch zeigen, was ich ihr zum Geburtstag gemacht habe. Es ist auch ein bisschen strickrelevant. Also bei uns in der Familie ist der Mai, sage ich jetzt, was Geburtstage betrifft, Stress pur. Weil bei uns hat eigentlich fast jeder im Mai Geburtstag. Es beginnt mit meiner Nichte, dann hat meine Schwester, dann hat meine andere Nichte, dann habe ich Geburtstag und dann hat meine Mutter Geburtstag. Wir sind alles Maikinder. Und ja, wir haben jetzt heuer das erste Mal beschlossen, dass meine Schwester, ich und meine Mutter gemeinsam zu dritt einmal nur den Geburtstag feiern. Weil es sind bei jedem Geburtstag auch fast immer die gleichen Leute dabei. Es ändern sich nur vielleicht zwei, drei Personen. Und jetzt haben wir gesagt, aus. Wir fassen alle zusammen, eine große Party und fertig. Es fällt bei uns in Österreich auch noch der Muttertag in den Mai. Und ja, also das ist dann, da ist eigentlich jedes Wochenende irgendein Fest, ein Geburtstag oder irgendwas. Und somit haben wir heuer gesagt, aus. Ein Tag, alle drei und dann ist das erledigt. Und zwar habe ich mir bestellt bei Amazon. Ich zeige euch hier, wie meine Inspiration ausgeschaut hat. Die habe ich auf Facebook in einer Strickgruppe gefunden. Und dann habe ich mir hier so einen LED-Draht besorgt. Das sind 20 Meter. Ich verlinke euch unten, falls ihr das nachmachen möchtet. Dann habe ich mir große Stricknadeln dazu bestellt. Und dann, Achtung, das sind zwei Zentimeter Stricknadeln. Also 20 Millimeter. Na komm, fokus. Ja. Und habe dann begonnen. Also habe ich dann quasi mit diesem LED-Draht eine Stricklampe, Deko, gestrickt. Und das Ganze sieht so aus. Achtung, ich drehe es jetzt auf. Tada. Und ich sage euch, mit diesem Draht stricken, das ist so wahnsinnig mühsam. Abgesehen davon, dass ich zweimal auftrennen musste. Weil ich habe 20 Maschen angeschlagen. Und habe mir dann gedacht, das ist zu wenig. Da habe ich, glaube ich, schon drei Reihen oder so gestrickt gehabt. Dann habe ich das aufgetrennt. Habe dann 40 Maschen angeschlagen. Das habe ich dann fertig gestrickt. Im Endeffekt war dann das ganze Teil mit 40 Maschen nur ungefähr so lang. Das war mir dann zu kurz. Dann habe ich es wieder aufgetrennt. Ich glaube, das Auftrennen ist genauso noch mühsamer als das Stricken von diesem LED-Draht. Und dann habe ich wieder, ich glaube, 24 Maschen angeschlagen, weil ich bis zum Schluss angeschlagen habe, bis dieses Zipferl zu Ende war. Und dann habe ich nur glatte Maschen gestrickt. Ich glaube, ich habe fast drei Stunden dafür gebraucht. Alles in allem. Also vom ersten mit allen Auftrennen bis zum Fertigstricken habe ich drei Stunden gebraucht. Sie hat gestern Geburtstag gehabt. Ich habe sie gestern vorbeigebracht. Und heute, als sie in der Arbeit war, habe ich es mal wieder abgeholt. Habe natürlich geschrieben, dass ich es mal ausborge, weil ich euch das gerne in dem Video zeigen möchte. Ja, so sieht das aus. Das wird dann aufgehängt. Wird mit, ist Batterie betrieben. Also für alle, die das gerne nachmachen möchten, verlinke ich unten bei Amazon, wo ich das her habe. Ich finde, das ist eine ganz nette Deko-Idee für Strickfreunde. Also mein Geburtstagsgeschenk an meine Schwester. Ja, und apropos Schwester. Ich habe sie jetzt schon öfter in den Videos erwähnt. Wie gesagt, sie strickt auch. Länger als ich noch. Und jetzt haben ein paar in den Kommentaren schon gesagt, Hallo, wieso kommt die Schwester nicht auch einmal ins Video? Ich muss dazu sagen, die Schwester ziert sich. Ich habe sie schon öfter eingeladen. Also bitte gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Hallo Schwester, hallo Edith. Und du sollst auch in das Video kommen. Ich bin gerne bereit, sie einzuladen und dass sie sich einmal vorstellt und auch Sachen zeigt, die sie gestrickt hat. Gerne. Wenn euch das gefällt, kann sie natürlich dann öfter vorbeikommen. Vorausgesetzt, sie möchte das. Ich glaube, es ist ein bisschen kamerascheu, ich muss sie da überreden. Wobei ich war, bevor ich mit diesem Kanal angefangen habe, habe ich mir auch nie vorgestellt, dass ich vor der Kamera spreche. Und wie gesagt, inzwischen ist das schon meine 14. Folge und ich freue mich jede Woche darauf, die aufzunehmen. Wobei ich mir jetzt die letzte Zeit immer wieder denke, was erzähle ich eigentlich? Ich habe jetzt zum Beispiel nur eine Weste fertig gestrickt. Alles andere habe ich schon in den anderen Videos erwähnt. Aber wenn ich mich dann hinsetze, also ich setze mich vorher immer hin und mache eine kleine Liste, was ich denn so erzählen möchte oder was ich gestrickt habe und was ich dazu erzählen möchte. Und da kommt dann doch immer einiges zusammen. Und ich schaue mal, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde, obwohl ich gedacht habe, ui, das wird jetzt das kürzeste Video mit zehn Minuten. Ja, also wie gesagt, wer meine Schwester gerne in den Videos sehen möchte oder in einem Video zumindest einmal sehen möchte, hinterlasst gerne in den Kommentaren, dass sie herzlich eingeladen ist und dass ihr sie auch sehen wollt. Und ich habe auch überlegt, demnächst vielleicht ein kleines FAQ-Video aufzunehmen, also Fragen, die ihr vielleicht an mich habt, die ihr mir gerne mal stellen möchtet oder was euch interessiert über mich. Ja, ich werde dazu einen Link in der Beschreibung unten hinterlassen, wo ihr gerne eure Fragen reinschreiben könnt. Das dürfen persönliche sein, berufliche, zum Thema Stricken, nicht Thema Stricken. Ich behalte mir natürlich das Recht vor, Fragen nicht zu beantworten, wenn sie zu persönlich oder so sind. Aber ihr dürft prinzipiell gerne alles hineinschreiben, was ihr gerne mal über mich wissen wollt. Ja, in diesem Sinne, das war es von mir. Wie gesagt, nächste Woche ist mein Geburtstag und zwar am Mittwoch, genau heute in einer Woche. Heute ist Mittwoch, genau, Freitag geht das Video online. Also wie gesagt, meine Videos gehen immer alle 14 Tage online, freitags um 13 Uhr. Und genau, heute in einer Woche habe ich Geburtstag, auf den freue ich mich immer. Das ist immer ein Tag, den ich sehr genieße. Das ist auch ein bisschen mit Stress verbunden, weil es kommen viele Freunde, Bekannte, Verwandte zum Gratulieren. Aber es ist auch immer schön, manche sieht man nicht so oft, wenn man dann mit denen wieder mal plaudern kann. Und ich habe das gerne, also ich lade gerne Leute ein. Ich habe gerne Gesellschaften, die ich dann bekoche, bewirte und auch in Kauf nehme, dass dann nachher das Hauschaos ist und die Küche. Das gehört einfach dazu, finde ich, zu einem Geburtstag oder zu einem Fest mit Freunden. Ja, wie immer hinterlasst mir in den Kommentaren, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Letztens hat mich jemand gefragt, das muss ich noch irgendwann einmal aufnehmen, so ein Video, was ich denn schaue, wenn ich stricke und arbeite. Da gibt es einige Videos, Strick-Podcasts, die ich da nebenher schaue. Ich glaube, dazu werde ich mal ein eigenes Video machen, wo ich die vorstelle. Oder vielleicht eine Rubrik ab meinem nächsten Video, wo ich am Ende immer eines vorstelle, also einen Strick-Podcast. Oder eine Serie, die ich zum Beispiel schaue auf Netflix oder so. Ja, genau, das werde ich machen. Also ich werde da so eine kleine Rubrik einfügen in Zukunft, wo ich das vorstelle. Und ich bin auch noch schuldig, mein Zubehör, Strick-Zubehör-Video. Da habe ich schon eine ganz lange Liste, was ich euch da alles zeigen möchte. Ich glaube, das wird sogar auf zwei Videos aufgeteilt werden, damit es nicht zu lang ist. Vielleicht muss ich mir noch eine Einteilung überlegen, wie ich das einteile. Vielleicht in Zubehör, wo ich finde, muss ich haben, kann ich nicht mehr ohne. Und Zubehör, wo man sagt, ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber schön zu haben. Vielleicht in diese Richtung. Ja, wie gesagt, hinterlasst mir den Kommentar, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Und ja, gerne auch Kritik. Was hat euch nicht gefallen an dem Video? Worüber möchtet ihr mehr erfahren? Was soll ich euch mehr erzählen? Was soll ich genauer darauf eingehen? Ich versuche die Kommentare auch immer zeitnah zu beantworten und alle offenen Fragen auch zu beantworten. Also ich werde öfter auch in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich im Video irgendetwas erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ich verlinke euch das und das vergesse ich dann. Bitte gerne darauf hinweisen. Ich bin da niemandem böse deswegen. Es hat schon seine Richtigkeit. Also wenn ich sage, ich mache das, dann soll das auch so sein. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir sagt, dass euch mein Video gefällt. Was ganz viele machen, dass sie sagen, sie erwarten das schon, dass das alle zweiten Freitag online geht und sie wieder schauen können. Das freut mich natürlich irrsinnig und motiviert mich jedes Mal, mich wieder hinzusetzen und ein neues Video für euch aufzunehmen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir ein Like da lasst, beziehungsweise gerne auch meinen Kanal abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr versäumt. Und dann darüber freue ich mich natürlich auch super gerne oder es auch gerne weiterempfehlen, mein Video, wenn es euch gefallen hat und ihr denkt, ihr kennt jemanden, der auch gerne strickt und dem meine Videos interessieren würden. Das freut mich auch immer sehr, wenn da auf Instagram mich jemand zum Beispiel empfiehlt, weil ihm mein Video gefällt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss.